einmal cloud immer cloud heißt es so schön von cloud gegnern wenn sie damit ausdrücken wollen dass man sich für alle ewigkeit an die cloud bindet ist dem wirklich so sind meine daten gefangen haben wir einen lock in effekt nur bei der cloud oder gibt es den vielleicht auch noch woanders das und mehr diskutieren wir in der aktuellen folge vom clouding ja ich war da letztes mal eine situation und ich wurde konfrontiert genau mit mit dieser aussage ja einmal cloud immer cloud und aus diesem grund versuchen wir so oft oder so viel wie möglich auf cloud dienste zu verzichten das war eine aussage eines nicht direkt kunden von mir aber ich war so in diese in diese thematik involviert aber das gilt doch eigentlich für alles ob du jetzt in der cloud bist oder ob du irgendeine proprietäre anwendung einsetzt ja ja das sage ich ja das habe ich das habe ich das genau das war genau das war mein argument wo ich gesagt habe aber hey du hast eine backup lösung bei dir eingesetzt und einmal einmal diese backup lösung dann immer diese backup lösung das ist ja in jeder situation das kannst du nicht auf die cloud direkt abwälzen das ist ja immer so einmal einmal vw immer vw oder oder was also das ist doch ja gut das das idealistische das haben sicherlich einige also auch markenfetischismus oder gerne auch mal parteien glaube ich da kann man das genauso für anwenden aber ja bei 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 einem auto wie gesagt ist es ja eher dann das idealistische da ist es ja dann wo ich sage naja das ist mir sympathisch von den werten her aber es gibt ja keinen grund morgen nicht mercedes oder an obel zu kaufen gut gegen obel spricht vieles aber vielleicht hast du ja weißt du vielleicht hast du ja irgendwie ein so einen ersatz an 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 felgen die zum beispiel auf eine gewisse frau golf serie passt oder 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 sonst irgendetwas weißt du da würde dagegen sprechen dass du wahrscheinlich mit einem mit einem neuen golf auch mit den alten felgen nichts mehr anfangen kannst selbst wenn es auch bei vw ist also das das hinkt sicherlich ein bisschen aber vom prinzipiellen hast du natürlich vollkommen recht wir hatten gerade die situation eben mit mit mail archiv ja wo wir natürlich in einer situation sind eben mit mit cloud migration etc auf einmal ist der on-premise mail store vielleicht dann irgendwie nicht mehr so eine tolle idee weil du dann vielleicht nur noch die virtualisierung dafür laufen lässt und dann dein mail archiv nicht mehr funktioniert wenn dein internet auf dem bauch liegt weil exchange online läuft halt weiter aber dein mail archiv dann nicht mehr auch da gibt es ja portabilitäts probleme oder es gibt probleme mit dem dokument management system ja wo auch der hersteller mit dem wir da zusammenarbeiten der hat jahrelang nur on-prem gemacht jetzt macht er halt cloud natürlich kann man das auch migrieren aber du hast genau da hast du genau den gleichen log in effekt wo du dann eben sagst die ob das jetzt arbeitsabläufe sind die du definiert hast oder ob das die dokumente sind die du klar im pdf format da wieder rauskriegst aber was ist mit den metadaten eigentlich hast du genau ja immer immer nimm das nimm das beispiel mit den mit den mit den smartphones ja wenn ich jetzt mal mich auf iphones eingestellt habe was dann muss ich dann immer mit iphone arbeiten kann ich dann nicht auf android wechseln oder umgekehrt einmal iphone immer iphone nein auch überhaupt nicht weil es gibt ja mittlerweile gibt es ja die 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 wildesten werkzeuge um um von einer plattform auf die andere plattform zu wechseln also ich glaube klar ist man immer irgendwo hat man gewisse einschränkungen oder nicht den gleichen funktionsumfang oder man kann vielleicht jetzt die bilder die in einer gewissen bibliothek sortiert sind dann nicht in der gleichen sortierung übernehmen auf das neue auf das neue smartphone aber das hast du ja immer irgendwo also solche solche geschichten oder es gibt wechsler schmerzen irgendwann ja also der der wechsler ach so jetzt es gibt wechsler schmerzen ja genau das fühlt sich so mit dem tom wechsel das fühlt sich so an wie so wechsler schmerzen vielen dank nimm das jetzt sehr persönlich nein also das ist halt also erstens der mensch ist ein gewohnheitstier ja also das das ist ja mal das grundlegende problem ob du jetzt deine daten auf einem android hast oder nicht wenn du vorher nur ein iphone in der hand hattest dann fühlst du dich erst mal ein bisschen behindert ja und das das ist liegt an der fehlenden routine ich kann mich erinnern als ich irgendwann aufgrund von handgelenksproblem mal angefangen habe mit einem split keyboard dann kannst du dich aber über ein paar wochen oder monate kannst du dich beobachten wie du ja von 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 irgendwie der der schnellsten tipperei der welt irgendwie auf das adler suchsystem zurückfällst weil halt einfach überhaupt nichts mehr funktioniert und selbst wenn du selbst wenn du innerhalb eines ökosystems wie jetzt einem iphone bei dem virtuellen keyboard geht mir das auch schon so wenn ich jetzt das ich habe das große iphone und wenn ich das iphone meiner frau in der hand habe wo die tastatur vielleicht noch dann mit dem mit dem layout mit e ö und ü die tasten wirklich minimal anders angeordnet sind dann bist du erst mal bist du erst mal völlig unfähig das ist eine art von neu orientierung halt wenn du wenn du dich in eine solche umgebung weg ich sage einfach eben wenn es so eine aussage ist wie wie zum beispiel eben einmal cloud immer cloud oder einmal iphone immer iphone ich glaube das darf man einfach nicht so das darf man einfach nicht so mit einem tunnelblick das ganze anschauen ich glaube da braucht es eine gewisse offenheit weil es kann ja auch sein dass wir das ganze nach wie soll ich sagen mit mit einer objektivität anschauen wo wir sagen können hey da gibt es die dienste die laufen da super zum beispiel in der cloud oder wir lassen das ganze on prem weil es würde zu viel aufwand bedeuten um das ganze irgendwie umzubiegen auf die cloud so dass wir dann irgendwo halt auch in eine in eine hybride umgeben kann hey stell dir vor wenn du das lokale active directory synchronisierst ins azure active directory was haben wir dann wir haben doch dann bereits schon eine hybride umgebung solange wir das nicht auf die analogien wieder zu den autos weiter treiben passt das für mich macht glaube ich hybrid mehr sinn jetzt hier mit mit cloud und on prem aber müssen wir uns nicht schlussendlich damit auseinandersetzen dass die anbieterauswahl eine ganz ganz große rolle spielt und dass die anbieterauswahl dass der der die fragen die ich mir stellen sollte oder die einem anbieter einem integratoren stellen sollte unter anderem auch so sind wie wie komme ich denn an meine daten ran ja also das das betrifft ja jetzt nicht nur dann ein potenzielles wechselszenario sondern eben auch ein datenaustausch es ist doch immer schlimmer heutzutage wenn eben anwendungen mit daten als insel umgehen ja dann muss es doch apis geben und da muss ich irgendwie an meine daten rankommen und zwar nicht nur im wechselerszenario sondern eben auch im kontext jetzt adressdaten zwischen keine ahnung der gal in in azure ad mit keine ahnung im crm system auszutauschen auch da gibt es die notwendigkeit für schnittstellen und auch da kann ich mir ja einen lock in effekt irgendwo basteln auch wenn ich das ding gut finde wenn ich es gar nicht loswerden will aber wenn ich doch an meine an meine daten ran will weil ich sie abgleichen möchte weil ich eben keine silos keine inseln bauen möchte ja das da gebe ich dir absolut recht wenn natürlich der anbieter damit spielt oder wenn da natürlich auch seine apis zur verfügung stellt was ist wenn es wenn es extrem legacy ist wenn das wenn das ja wenn man gar keine andere wahl hat als auf dieser auf dieser plattform so weiter zu arbeiten wie das bis jetzt gemacht wurde was 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 machen wir dann ja also dann mir geht es ja wirklich um diesen kontinuierlichen datenaustausch der wenn der funktioniert kann auch ein einmaliger datenexport import was auch immer in eine neue lösung wenn ich sie denn doch loswerden will auch immer funktionieren es gibt natürlich legacy lösungen wir sitzen auch unter anderem noch auf einem legacy erp das hat zumindest eine sql datenbank dahinter somit kommst du an die daten ran wenn du dir das relationale datenmodell irgendwo anschaust und verinnerlichst dann kannst du sie auf der anderen seite wieder zusammenführen du kannst auch immer irgendwo ein csv export aus den meisten lösungen machen gerade so richtung erp oder richtung belegsysteme richtung archivierung systeme da denke ich kann man das schon fast voraussetzen aber ich glaube da auch auch da lohnt sich ein ein zusätzlicher blick oder eben auch die frage und ich ich bin sehr erfreut wenn mich ein kunde fragt hey wie kriege ich denn meine daten da wieder raus weil das zeigt ja dass er mitdenkt ja richtig genau ganz genau und das ist auch ein ist auch ein wichtiger punkt eben das geht ja schlussendlich geht es ja wirklich nur also nur in anführung schluss es geht um die daten und die daten das ist ja das ist das das wertvolle gut welches da mitgenommen werden muss wenn man was auch immer dann sich in welche richtung entwickelt weil ich habe eben letztes mal noch eine andere situation angetroffen da wurde ich gefragt hey kannst du mal unsere bestehende infrastruktur anschauen weil es geht um folgendes die haben eine rp lösung und jetzt kommt der anbieter der diese rp lösung dort bei diesem kunden eingerichtet hat und sagt hey wir müssen aktualisieren du arbeitest jetzt seit vier jahren mit dieser rp lösung und wir müssen jetzt aktualisieren das läuft jetzt noch auf einem physischen server bei diesem kunde vor ort jetzt hat er gesagt der anbieter es gibt zwei szenarien entweder du kaufst dir neue hardware und du machst dann den upgrade oder wir bieten dir die cloud lösung an und jetzt hat er mich gefragt hey was würdest du was würdest du mir empfehlen und dann habe ich gesagt ja das ist schwierig weil ich bin ja aussenstehen ich muss zuerst einmal viele informationen haben dann habe ich das mal angeschaut schlussendlich war dies die situation war so dass dieser anbieter der wollte eigentlich den kunden fast zwingen in die cloud einzusteigen weil er hat gesagt schau mal kunde wenn du das ganze immer noch on prem haben willst dann brauchst du die diese die anzahl an server du brauchst sql lizenzen das kostet dich ohne unsere arbeit lizenzen und hardware 25.000 und dann kommt dann noch unsere arbeit dazu und wenn du in die cloud gehst dann kostet es dich auch 25.000 aber dann ist die arbeit darin enthalten ist nun also ist schlimm oder ich finde das einfach hey und das ist eine firma mit vier arbeitsplätzen ja ja das ist dass das geht in richtung unseriös ja also das finde ich finde ich auch nicht in ordnung also die die situation da ist wirklich wenn man das anschaut und eben sagt was was ist denn die beste heimat für eine branchenlösung für das erp für die was weiß ich für die buchhaltung dann muss man natürlich oder hat man im idealfalle mehrere optionen zur auswahl weil nur on prem irgendwie blöd weil oh wir haben dann noch einen lizenzdongel das geht nur mit usb virtualisiert das mal in azure auf der anderen seite jetzt nur saß kann auch blöd sein gerade wenn man eben in der kundensituation ist der hat das mal gekauft funktioniert in der regel auch nur bedingt weil in der regel gibt es ja dann doch irgendeine prozentuale wartung die dann eben noch on top kommt aber das ist eben dann doch nicht das gleiche als wenn ich eben monatlich nur eine nutzungsgebühr zahle wie jetzt im saßbereit trotzdem ja mag ich das einfach so ein bisschen auswahl zu haben also diese alle alle eier in ein nest macht sicherlich keinen sinn und one size fits all gibt es ja in der regel auch nicht gerade wenn es irgendwann mal schon eine eine on premie umgebung gab und ja im zweifel muss man eben schauen ja also auch kunden mit vielen daten da tue ich mich auch immer noch schwer zu sagen wird geht doch in die cloud ja weil das wenn wir über über keine ahnung zweistellige dreistellige terabyte zahlen reden wie willst du das denn darstellen also das ist schon da gibt es einfach dieses diese 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 universelle das muss alles dahin aussage die die funktioniert nein das geht eben das geht einfach nicht du kannst nicht sagen okay ich habe jetzt da eine lösung und die diese lösung liegt in der schublade und diese lösung kann ich einfach auf jeden kunden abwälzen und das ganze diese sag jetzt muss das ich sage jetzt bewusst das lösungsblatt über den kunden legen oder das funktioniert einfach nicht weil da gibt es dann ich höre schon die kunden wieder die sagen moment mal was sie bieten cloud dienste an das ist super aber dann sind ja meine dann sind ja meine daten in der cloud die hatte ich bis jetzt immer on prem hier bei mir ich möchte jetzt diese daten nicht unbedingt in der cloud haben das sind ja das sind oftmals argumente die die ich immer wieder höre von von kunden oder und ich denke da darf man da darf man nicht einfach dann mit der brechstange das ganze dann einfach umsetzen oder ich glaube da muss man schon auch mit dem kunden reden das gespräch suchen und ihnen auch entsprechend informieren wie läuft das dann genau mit deinen daten du hast ja vorhin das hast ja angesprochen die daten das ist ja das was dem kunde wichtig ist oder auch für uns wichtig ist und glaube da muss man schon entsprechend dann kommunizieren ja unbedingt ja also es gibt nun mal einerseits gibt es regulatorische auflagen zweifel ja also ähm da reden wir jetzt nicht mal über die bösen us cloud betreiber oder sonst irgendwas sondern ähm es muss halt ein gewisses schutzniveau muss halt muss halt da sein ja und das das muss auch ein cloud anbieter egal wie das auch immer funktioniert gewährleisten das muss auch wenn der der software in der software house selber den dienst bereitstellt dann muss ich da auch mal hinter die kulissen gucken muss mal gucken wie sieht es denn da aus so mit den mit den datensicherungen und mit den datensicherheiten und mit den gewährleistungen und den fristen und den zusagen was denn so mit meinen daten passiert ja dann bist du halt mal eine anwaltskanzlei die jetzt auf einmal von einer on-prem anwaltssoftware umstellt auf eine cloud software aber dann sind mir als dienstleister sind dann die hände gebunden und ich kann eben nicht mehr sagen ja dann machen wir da eine datensicherung zu einem drittanbieter so wie wir das ja auch bei 365 machen wo wir bewusst sagen das ziel des backups ist nicht die microsoft cloud sondern das ist woanders um einfach risikominimierung zu betreiben genau das kann ich bei so einem anbieter jetzt auf einmal nicht mehr und da geht es ja dann vielleicht auch um sensible um hochkarätige daten und auch dazu muss ja ein entsprechendes konzept verfügbar sein jetzt wenn das ein einschlägiger hersteller ist dann kann man das zwar unterstellen aber vielleicht ist ja dann doch prüfen besser als vertrauen genau ja es verschiebt sich einfach die sichtweise oder es gilt dann eben zu klären was sind die slas von diesem anbieter was was liefern sie da für werte das heisst wie können wir uns darauf verlassen dass unsere unsere daten unsere oder dass die applikation wirklich so funktioniert wie sie funktioniert wenn wir dann darauf zugreifen wollen oder dass das heisst was ihr wollt am abend arbeiten nein unsere applikation läuft nur von 8 bis 17 uhr oder also ich glaube das sind das sind einfach andere punkte die man abklären muss wenn man wenn man sich halt eben für einen cloud anbieter entscheidet und der nächste faktor ist dann halt auch wiederum die anderen abhängigkeiten weil vielleicht on prem ja hat sich on prem irgendjemand ein gedanke gemacht funktioniert der internet zugang ja wenn ich alles in meinem eigenen rechenzentrum habe dann ist es egal ob jetzt mal ein e mail ankommt oder nicht ich kann mit meiner erp lösung trotzdem weiter arbeiten wenn sie in der cloud ist und das internet ist weg dann ja was was machst du dann gehen die mitarbeiterinnen nach hause oder was was läuft dann also es ist einfach es verschiebt sich alles irgendwie und man muss trotzdem den überblick behalten und eben diese diese punkte seriös abklären ja es ist halt immer wieder diese diese für und wieder liste ein anderer punkt ist ja das thema updates ja wie oft bekommst du ich meine das hatten wir datev cds die dann so verschickt wurden und so ein kram und mach mal update und all das machst du irgendwie so ein bisschen auch branchenübergreifend und machst das jetzt nicht als datev haus oder sowas sondern du bist halt der der die infrastruktur unter seinen fettichen hat und dann machst du halt die updates mit aber wie dem ist auch was schief also musst du da auch wieder für snapshots sorgen oder für wege zurück oder test dev system oder sonst irgendwas und in in der saß umgebung wir hatten da mal irgendwann dieses schöne pizza diagramm wo es halt darum geht nee updates macht halt der anbieter ja und das ist halt sein problem wenn er das nachts um zwei machen muss wenn tagsüber eben gearbeitet wird dann ist das sein problem oder er macht das wirklich transparent und irgendwie im hintergrund und ohne dass es die anwender mitbekommen auch das geht ja also die 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 möglichkeiten das einfach so aufzusetzen dass das das keiner mehr mitbekommt und das ist dann wieder was auf der haben seite ja und man muss einfach wissen welche kröte schluck ich denn richtig ganz genau das ist wirklich halt ein abwägen oder was sind jetzt die vorteile was sind die nachteile und und schlussendlich muss man entscheiden ja wo was ist für mich wichtig und was will ich haben und wird das zur verfügung gestellt und ja schlussendlich wirklich nur ein abwägen von 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 der entsprechenden situation ich glaube da kann man auch wirklich gut sagen eben einmal cloud immer cloud das ist falsch alles on prem ist falsch alles irgendwie wie soll ich sagen verteilen vielleicht auch es muss einfach wirklich seriös auf die situation abgeklärt werden und dann aus den entsprechenden welten die besten punkte herausnehmen so dass dann ich sage jetzt mal der kunde vielleicht oder auch nicht nur der kunde sondern auch für mich selber als dienstleister ich muss ja auch zufrieden sein weil ich muss es ja dann ich muss es ja dann pflegen und verwalten und und dem kunden auch und beim kunde auch einrichten also es muss ja auch für beide seiten stimmen oder siehst du das anders ne das das ist das ist das ist ja so eine so eine gemeinschaftsnummer ja also wir sitzen da im gleichen boot also am ende steht der anwender der seinen job machen möchte und den den muss ich ja erstmal den den muss ich im fokus haben sondern muss ich von da aus rückwärts arbeiten muss halt einfach überlegen wie wie kann ich das denn gewährleisten wie sieht es denn aus mit dem internet ja und jetzt reden wir immer mehr über verteiltes arbeiten wodurch der eigene firmen internetanschluss vielleicht auch ein bisschen an bedeutung verloren hat weil die leute arbeiten eher aus dem home office und dann ist es vielleicht sogar schlecht wenn das zeug on premise ist weil dann ist die wahrscheinlichkeit dass da was dran ist natürlich wesentlich höher als wenn die jetzt alle irgendwie auf einen public cloud provider zugreifen oder sowas aber ich finde auch auf der anderen seite dass man man muss sich ja immer wieder auch in frage stellen man muss sich man muss die systeme in frage stellen die man so einsetzt die software so einsetzt und mit welchen vorzeichen sie so betrieben wird also das ist ja eine thematik die gerne mal auch dafür zeug oder davon zeugt dass sich ein hersteller auch gedanken macht ja also wenn ich merke da kommt innovation da kommen jetzt nicht nur irgendwelche features die irgendwie für die software wunderbar sind sondern der macht sich auch gedanken über die zukunft vielleicht seines geschäftsmodells und wie bezahlt er denn seine entwickler künftig und und solche thematiken also nur open source funktioniert da ja nicht und nur close source und und keine wartungsgebühren funktioniert genauso wenig mit einmalzahlungen weil womit finanziere ich denn dann irgendwo die die weiterentwicklung meiner eigenen lösung aber wie gesagt als dienstleister sich zu sagen nö die die setzen jetzt immer auf die gleiche plattform die sie seit 20 jahren haben das zeugt bei mir immer davon dass man sich da vielleicht nicht so die gedanken darüber gemacht hat wenn man das verbalisiert und sagt hey keine ahnung da sind zu viele daten da gibt es die features jene features oder solche sicherheitsvorkehrungen kann ich ja nicht mehr gewährleisten dann ist das was anderes aber dann habe ich mir wenigstens aus hersteller sicht gedanken gemacht aber wenn wenn ich eben ich sage hey wir haben eine on-prem umgebung die hardware ist betagt was machen wir jetzt entweder wir müssen die ersetzen ganz schrittweise stellen weise partiell irgendwas aber wir gucken uns doch irgendwo schritt für schritt an was ist denn die beste heimat für alle services für alle applikationen die von dieser umgebung aktuell angeboten werden und wenn ich dann zu einem hersteller wenn ich dann abklappere und sage habt ihr irgendwie eine cloud lösung nee das geht nicht in der cloud okay habt ihr eine sassel nee das geht nicht als sassel und du ratterst so deine liste runter und kriegst am ende irgendwo den eindruck das haben wir schon immer so gemacht ja und das deswegen macht das auch weiter so dass das das macht keinen spass bin ich ganz ehrlich absolut und vor allem das ist genau das zeichen was ich von diesem beispiel was ich vorhin erwähnt habe gesehen habe oder die diese firma die hat gesagt es ist uns egal ob ihr vier arbeitsplätze habt oder ob ihr 20 arbeitsplätze habt ihr braucht einfach genau dieses setup für 25.000 sagen wir jetzt euro ist egal das zeigt mir doch sofort eben das was du angesprochen hast wo ist da die innovativität das heißt wo wird der kunde noch abgeholt wo wird der kunde berücksichtigt was sind da die was sind die ideen dahinter das das geht doch völlig in eine falsche richtung ich bin jetzt noch einmal devil's advocate und sage hey was ist denn wenn sich dieser anbieter versucht zu fokussieren ja und wenn er eben sagt hey da ist jetzt eine kundengröße die 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 funktioniert für mich nicht das ist nicht wirtschaftlich eine kundengröße mit vier arbeitsplätzen irgendwie meine software anzubieten ich fokussiere mich jetzt und sage meine einstiegsgröße ob das jetzt die 25.000 euro sind oder was auch immer ähm drunter macht es für mich keinen sinn dann dann könnte ich das zumindest verargumentieren aber dann sollte man es auch so formulieren ja also deswegen ja und vor allem von 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 und dann ganz ehrlich auf den tisch legen und sagen hey sorry aber unser fokus hat sich in den letzten vier fünf jahren hat sich verändert damals als wir euch das ganze angeboten haben hat das für unsere geschäftsstruktur noch gepasst das war unsere idee unsere ideologie das war alles super aber jetzt nach fünf jahren sind wir sind haben wir uns anders positioniert wir haben ein anderes klientel und da muss man einfach ehrlich sein die hosen runterlassen und sagen was sache ist nicht einfach irgendwie etwas etwas rüber bügeln dass das funktioniert nicht oder genau aber wie gesagt trotzdem hätte man ja da die die argumentation im raum zu sagen es könnte daran liegen wie gesagt ist nicht ist nicht perfekt formuliert mutmasslich ich kenne jetzt auch die situation nicht aber das kann man schon nachvollziehen weil du hast ja ob du jetzt dienstleistung anbietest auch da hast du ja in den ideal kunden mal definiert kundenpersona definiert wenn du gut bist und dazu zähle ich mich nicht hast du dir sogar eine branche ausgesucht ja da das ist so der der allgegenwärtige struggle zu sagen nein du machst nur keine ahnung anwälte versicherung und du hast dich darauf eingelassen und das das ist ein softwarehaus muss das ja auch tun ja aber wie du es halt auch sagst ja dann dann muss ich das gerade raus eben auch sagen ja wirklich also da muss man da muss man einfach position beziehen wenn wir jetzt kurz schnell dass das thema nochmals aufgreifen das ist gesagt eben vielleicht da dieser dienst vielleicht hier der andere dienst vielleicht da ein kleines stück noch on prem dann haben wir ja automatisch etwas hybrides da glaube ich da sind wir uns einig was denkst du zum thema know how wird das nicht schwierig weisst du da etwas muss ich kennen da muss ich etwas kennen hier muss ich auch noch etwas kennen und könnte es könnte mir vorstellen nehmen wir das beispiel das vorhin gesagt eine vm in azure ein dienst in microsoft 365 und dann vielleicht noch on prem irgendwie eine alte oder nein sagen wir jetzt mal on prem eine applikation die gut läuft aber wir haben verschiedene wir haben verschiedene dienste oder verschiedene strukturen die wir bewältigen müssen es ist wieder das thema kenntnis risiko kenntnis kompromisse und welche kröte schlucke ich ja also das wenn ich die optimale heimat für alle meine dienste gefunden habe muss es immer noch einer betreuen ja und jetzt gehe ich entweder den kompromiss ein und sage nein ich will nur azure know how oder will nur on prem know how und dann müssen alle applikationen dann auf dieser plattform laufen das geht ja nicht anders und wenn ich wenn ich sage die die heimat der applikation muss aber optimal sein dann muss ich den kompromiss machen entweder know how aufzubauen oder know how einzukaufen ich glaube viel anders geht es nicht aber wir sind bei einer risikobewertung was jetzt den den applikations den servicebetrieb angeht die man eben von ganz oben bis nach ganz tief unten machen muss und dann weiß ich das und kann das und kann das das ein oder andere vielleicht eben auslagern saß vielleicht ein bisschen weniger mit zu tun haben und nehme die freigewordenen kapazitäten und beschäftige mich mit azure also das oder ich brauche halt einen universell einsetzbaren dienstleister oder punktuell einsetzbaren dienstleister um mir genau diese lücken dann in einer art co-managed situation einfach aufzufüllen also ich denke es gehört eine gesamtheit betrachtung rein aber das möchte ich ja ich möchte als kunde möchte ich ja dich als als it-dienstleister und übrigens du machst das super möchte ich ja oder dich als it-dienstleister und sagen hey ich will ich will nur dich ich möchte nicht zehn ansprechpersonen auch wenn ich jetzt da einen dienst habe hier im dienst und da in der mitte noch zwei dienste ich möchte nur dich patrick als ansprechperson lieferst du das im rahmen der möglichkeiten ja also nicht für jede cloud wenn jetzt einer sagt ich möchte das in google cloud platform haben dann liefern wir das nicht ja also auch da dann muss man sich darauf einigen ist man der single point of contact wie das so schön heißt ja und dann vermittelt man und hat eben im hintergrund jemanden als partner der dann eine lücke füllt know-how technisch die wir eben mit eigenen mitteln nicht auffüllen können auch da ist es eine risikobetrachtung ja was auch für den endkunden ich spiele damit offenen karten und sage das können wir selber das müssen wir einkaufen dafür haben wir partner dafür nicht und auch da ist es ja schon mit der mit der spezialisierung auf irgendeine branchen software auch schon nicht anders ich habe das update thema ja angesprochen ja ich kann kann keine fehlerbehebung irgendwo machen wenn bei irgendeiner blechbiege software irgendwas auf die nase fällt wenn ich ein update ein spiel das geht nicht ja und dementsprechend braucht es da ja know-how im hintergrund und das ist in der regel das softwarehaus was das ganze entwickelt hat und ja offene karten damit rausgehen und sagen wir gucken uns das an wir finden eine optimale heimat und dafür dass das können wir befürworten das können wir unterstützen das können wir leisten und für andere dinge halt nicht super ich habe das natürlich jetzt ein wenig überspitzt natürlich gesagt oder genau du findest mich gar nicht gut doch ich finde ich sehr gut aber ich wollte ich wollte ich wollte das rauskutzen von mir dass du das du sagst nein eben google cloud oder amazon web service oder es geht es geht einfach darum das höre ich doch immer wieder eben der kunde wünscht sich ja einen ansprechpartner oder und derjenige der der ansprechpartner ist der getraut sich manchmal nicht zu sagen hey sorry aber ich kann diesen einen teil gar nicht ich muss das auslagern und ich muss mir da selber externes know-how herbeiziehen nein die sagen dann ja selbstverständlich kunde das funktioniert alles und bringen dann irgendeinen ich sag es jetzt böse vielleicht irgendeinen mist mit wo gar nicht richtig funktioniert der kunde ist nicht zufrieden und ich mir geht es wieder um die ehrlichkeit und eben um die transparenz zu sagen hey was kann ich was kann ich eben nicht oder weil dann kann der kunde selber entscheiden welche kröte will ich schlücken oder welche eben nicht und das ist schon halt was was oftmals halt gemacht wird so ja in wirklich in der praxis ja das ist leider so und ich glaube zu einer zu einer zeit wo man ebenso mit mit one-off projekten man hat mal was verkauft um was verkauft zu haben da war das schon doof besonders doof ist es wenn man sich monatlich wiederkehrend zieht immer immer wieder dann tut es nämlich jeden monat weh weil das noch ja jeden monat fehlt und das ist was das thema kröten angeht sicherlich was das sollte man sich genau überlegen und genauso muss man ja auch einem ansprüche an sicherheit an alter von und so weiter und so fort und da muss ich ja auch der kunde im klaren dazu sein was er akzeptieren möchte ja und eben jetzt nicht sagen ja ich möchte jetzt erstmal alles abgeben verantwortung bitte ganz weit weg aber ich gehe nicht auf die bedingungen ein auf auf dessen bedingungen dem ich diese verantwortung übergeben möchte ich finde das ist auch immer eine eine ziemliche katastrophe weil das ist ja auch nicht ehrlich ja also ich kann nicht auf der einen seite sagen ich möchte das gerne loswerden weil diese kröte schmeckt mir nicht ich möchte aber auch auf der anderen seite nicht meinen teil dazu beitragen dass das konzept dessen der sich dazu gedanken gemacht hat dass das irgendwie aufgeht ja also das jetzt haben wir aber auch so viel von kröten gesprochen ich habe schon wieder hunger ja du musst doch ein muss doch ein wenig warten aber ich muss sagen es ist spannend es ist wirklich spannend cloud hybrid on prem ich glaube das wird uns würde ich sagen noch sehr sehr lange beschäftigen ja es ist ja es ist ja wie immer kleine kleine revolutionen kleine evolutionen und auch das haben wir irgendwann mal thematisiert die cloud ist eigentlich doch nur ein rechner von jemand anderem und das alles alles gab es schon alles hat vorteile alles hat nachteile mit mit offenem visier einfach drauf losstürmen und sich einfach mal ein paar gedanken machen glaube ich goes a long way in diesem sinne ganz genau würde ich auch sagen so machen so machen und immer schön den gesamten überblick behalten in diesem sinne mal zurück